ja also ein tiff von ok 55 cm diagonal defekt beschreibung fernseher oder netzteil defekt der geht stecken rein es leuchtet das heißt die spannung ist aber ein bisschen weniger als es sein muss der müsste 12 volt sein ist dabei ein bisschen zu wenig stecken schauen was dann noch passiert der blinkt und passiert nichts der blinder auch also das heißt er hat nicht genug leistung für den tv ich schaue mal ob ich einen anderen netzteil finde hoffentlich habe ich schon eins ich kann das zuerst probieren ist da zu wenig in leistung also hat nur 1,2 ampere aber es müsste wenigstens eingehen ein bisschen zu hoch ein bisschen ein bisschen das bringt nicht mehr ich habe jetzt ein tv für 9 euro gekauft und er geht also ich muss mir nur ein netzteil und ja